Ich möchte eine Frau wie, wie einen Felsen, wie eine gesprossene Pflanze, wie ein Baum, wie das Meer und der direkten Ausstrahlung der Natur. Ich verfolge dieses Ziel mein Leben lang. Und Sie haben es nie erreicht? Nein, niemals, niemals. Das ist eine Arbeit wie jede andere. Ich war auch sein Modell damals. Sie? Jahrelang. Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst bezahlt dafür, nichts zu tun. Du musst nur stillstehen. Du kannst dich ausziehen. Beug dich vor. Und weil das so ist, kommt es auf die eigene Idee an. Deine ganz eigene Idee. Wir und er tun sowas denn auch? Die Männer nackt posieren vor anderen? Ja, aber natürlich. Und posieren sie auch nackt zusammen mit Frauen, die nackt sind? Hast du vor, selbst nackt Modell zu stehen? Was habt ihr hier zu suchen? Ihr Bande von Dreckskerl! Sie sprechen oft von Gleichgewicht, von der Fülle der Formen, von Hinweisen. Das da, so viel Sie wollen, das ist alles neu. Glauben Sie, dass der Krieg vielleicht bald aus ist? Ich möchte nur eine Skulptur vollenden, Krieg oder nicht. Und ich weiß nicht mal, ob ich es schaffe. Die Idee Die Idee Vielen Dank.